Hallo, Hallöchen-Pupüchen und einen schönen guten Abend. Morgen, was ist gerade in Minecraft? Nacht, wir gehen jetzt schlafen wieder. Und der Part ist hier auch schon wieder zu Ende. Wie 3000 Mal zuvor. Hast du noch einen Plan, was wir in den letzten Folgen gemacht haben? In den letzten Folgen haben wir, wenn ich mich nicht irre, sind wir auf eine riesen Felljagd gegangen, wo wir erkunden wollten. Das ist aber ordentlich ins Bein geschissen. Ich mach erst mal eine Rüstung, Junckchen. So, ich hab Hunger, ich werd mir jetzt erstmal was zu snacken wie holen. Machst du aber ein bisschen Brot fertig? Ja, ich mach ein bisschen Brot. Hast du noch so eine Hacke da? Ähm, ich hab grad eine Spitzhacke und, warte, vielleicht haben wir ja was im Lagerhaus. Ich mein eine Hacke. Ach, eine Hacke. Eine Hacke. Ja, ich meinte die Spitzhacke. Ich hab eine Hacke. Eine Hacke. 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 Entschuldigung, Leute, wenn ich ein bisschen ins Mikro schmatze. Ich snack grad was. Muss auch mal sein um die Uhrzeit. Mhm. Haben wir erst mittags? So, ähm, eine Uhr mittags. Schön wär's. Ist in zwölf Stunden, ja? Hacke. So, reg dich mal ab. Alter, ich hab hier gar keinen, ähm, Bummens hier Erde mehr auf Tasche. Ich hab drei. Ja, die hilft echt weiter. Nein, Scherz. Hilft gar nicht. Ich geh gleich Erde pflücken. Lass mich hier alles abmähen. Ich will mal ein bisschen. Was machst du? Ich bring dir ein wenig Erde. Ich mach gleich hier unser Ding ins Feld. Verbessere ich gleich ein bisschen. Ich schmeiß es mal hier vorne hin. Ich komm und hol's, der. Oh, ist das vor? Ist das vor? Ist das... Boah. Bei mir? Da. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Was findest du besser? Holz, Slabs oder... Ähm, Stein. Stein. Slabs. Was sind Slabs? Sind diese halben Blöcke. Also, ich find Holz recht schön. Es wirkt so... Eichenholz oder anderes Holz? Äh, das was wir hier verwendet haben. Wo? Ah ja, Eichenholz. Ah ja. Hier. Hast du noch Eichenholz? Opfer, ey. Warte, ich fange mir kurz mal eine Sache an. Stirbt erst mal. Sonst auch nix zu tun, oder wat? Das ist aber gut. Jetzt hab ich wieder, äh... LOL. Server hängt. Joa, passiert schon mal, ne? Paschiert. Paschiert. Was wolltest du grad sagen? Oder geben? Oder irgendwas? Ich gebe die F*** auf die Polizei, ja? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Verplant. Jetzt mach ich hier schöne... Jetzt mach ich hier, äh... Schön hässlich irgendwelche Sachen. Nein, das sollte nicht so sein. Können wir das so machen? Joa. Egal, sieht ja keiner. Ah, gute Idee. Dann, dann, dann fällt auch, äh... Nix daneben. Was ja, äh... Was ja mich grad voll aufgeregt hat. Mhm. Das merk ich auch nicht so. Früher war das ja so in Minecraft. Ja, in der guten alten Zeit. Ja, wenn man aber trinken war, dann wurde man einmal runtergehauen. Das heißt, es war eigentlich unmöglich, wieder an den Linn zu kommen. Ja. Weißt du, was du machen könntest? Ja. Eichenholz ernten. Eichenholz? Mhm. Gut. Dann gehen wir mal wieder auf der Baumfeller-Kluft, hier. Lass uns erstmal wieder eine Axt hier finden, doch. Gehen wir da, flitzen! Du bist mein kleiner Bimbo. Ich hab Schwarz-Eichenholz. Hm? Ist noch ein bisschen Schwarz-Eichenholz? Brauch ich nicht. Nicht, dass du kein Schwarz-Eichenholz brauchst? Nein. Ich will Eichenholz. Schöne, hellbraune... Kacke. Irgendwas. Ich hasse in Wasser irgendwas abzuholen. Und mein Akku vom Handy ist leer. Ist das nicht teuer? Mach mal die Atombombe aus. Hm, 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 hm. Herrlich. Wollen die nicht vergast werden. Vergasen? Vergasst, ja, was los! Der Part hier ist sehr wenig rechtsextrem. Nein. Ich wollte mir ja noch eine Rüstung kraften. Ja, darum hab ich dir auch das ganze Eisen gegeben. Ich weiß, wie viel er war. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Nein. Wir machen ja hier Fairtrade. Ich muss mir auch ein paar... 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 Was wollte... Was wollte ich haben? Eichen, genau. Haha. Ich werde hier, glaube ich, auch ein paar Eichen hinsetzen irgendwo. Damit wir schneller hier Eichen... ...gebummens haben. Haha. Weil ich sehe hier keine... Oder sind das Eichen? Ich weiß nicht. Jetzt mal knacken hier, ja. Und erstmal eine Eisenachs bauen. Hast du Holz? Oder Stickies? Schnell weg! Bevor er sie mir wiedergeben will. Jupp. Ich muss mal gucken, ob das Eichen sind. Haha. Was ist daran so witzig? Haha. Eichen. Ich hab Eichen gesagt, nicht Eichen. Drehst du, du willst. Homo. Lass mal den ganzen Wald hier abfackeln, wie in den letzten Part. Irgendwie in den letzten Part. Das war Part 24. Ist das jetzt Eichen oder irgendwelche Homo-Stück-Scheiße? Die Homo-Bäume. Das sind die Homo-Bäume. Bäume voller Eicheln. Hm. Homo-Bäume. Ich glaube, das ist ein nächsten Part. Homo-Bäume. Bäume voller Eicheln. Haha. Bäume voller Eicheln. Wir sind echt hobbylos, oder was? Hm. Deswegen machen wir doch Let's Plays. Das wenigstens Eichelbäume. Ganz normale Eichelbäume. Wie viel Zucker braucht man eigentlich für Blätter? Ähm, nicht viele. Das sind Eichelbäume. Weil wir können bald eine kleine Bibliothek machen zum Verzaubern. Jetzt brauchen wir erstmal Leder. Ach ja, wir brauchen ja noch für die Bücher. Kühe. Was wir in den Part 25 oder 26 verloren haben. Ja, das war für Kacke. Alles schön zusammengefärbt und dann bam, tot, tot. Ich finde es immer lustig, wenn wir sagen Hallo zu diesem Part. Entschuldigung, wenn wir uns ehren und dann ehren wir uns. Das ist witzig. Jetzt müssen wir Mongo-Bäume anfangen. Kohle, Kohle, Kohle. Halt die Fresse. Ich werde in diesem Let's Play niemals Gronkh erwähnen. Zwei Part später. Also Gronkh, der hat ja... Entschuldigung, will ich das so oft erwähnen, nur das ist echt geil. Fail. Fail. Das ist ein richtiger Fail. 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 Ich züchte mir jetzt Eicheln groß. Okay, so könnte ich auch den Part nennen. Eicheln groß züchten. Musst du wissen, was ist deine Aufgabe. Die Eichel muss wachsen. Keine Eichel, da muss er wachsen. Bitte nicht kratzen, Eicheln muss wachsen. Oh Gott. Du hast auch schön Eichelbäume am Abpflücken. Jupp. Toll ist mich runtergefallen. Wo bist denn du? Ich bin hinterm Wasserfallberg, da. Ach so. Weicht weit weg von mir. So viele Eichelbäume. Ich wurde von ein paar Fans gefragt, ob wir bald mal wieder in die Hölle gehen. Nein. Ja, irgendwann, ich schätze mal so bei Part 35 oder so. Mal gucken. Die Hölle ist gestrichen. Genauso wie Erkunden. Erkunden ist scheiße. Wir sterben immer nur. Und zünden nicht irgendwelche Sachen an. Du pubertierende 14-jährige Jungs mit Feuerzeug. Oh ja. Wir bleiben lieber hier. Machen gar nichts. Kommen nicht weiter. Kraulen uns in den Sack. Pflücken, Eicheln warb. Richtig. Na, wir können ja mal gucken irgendwann. Aber im Moment haben wir damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Das geht einem richtig auf den Sack. Wenn man da so, ja, ja, wir schaffen das. Und dann tot. Müsste ja auch fast stehen. Gleich mache ich mein Handy aus. Nervt die Atombombe? Nervt die Atombombe. Alter, hier habe ich jetzt schon zwei Äpfel hiervon gedroppt. Bei Skyblocks null. Ach ja, apropos Skyblocks. Wenn dieser Part draußen ist, ist das ja schon ein bisschen unterwegs und so. Äh, erster Linie, Entschuldigung, dass wir am Anfang so viel zurückgedroften, äh, Creative Moten mussten. Aber, sonst wären wir am Anfang echt am Arsch gewesen, dann hätten wir immer neu anfangen müssen und ich meine, das ist auch nicht so sexy. Also, schreibt mir mal in die Kommentare. Oder, manche kennen uns ja persönlich, haben das Privileg, wie ihr das findet. Sind da echt neugierig. Das wird wie ja Nacht. Hm, ich wollte gerade sagen, ich komme mal nach Hause. Flasterstein! Hm, habe ich gar keinen Knochen mehr mehr, nein. Ach ja, und wie gefallen euch, äh, die Survival Games? Sollen wir die am besten komplett, weil im Moment machen wir das so in so einem Wechseltakt, durch, äh, Skyblocks auswechseln oder soll das gut parallel nebeneinander laufen? Und vielleicht kommt noch ein Part, äh, äh, noch ein Projekt demnächst. Oh ja. Lasst euch... Oh, jetzt muss ich aufschlossen. Überraschen. Lasst euch überraschen. Kommst du jetzt endlich ins Bett? Ich komme ins Bett, Marilyn. Alter, ich habe ja noch Chips. Geil. Gleich hat man so einen Knistern im Hintergrund. Hörst du das schon? Ja. Die letzten Parts waren ja, äh, geprägt von deiner Atmung. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Es tut mir echt leid. Schmatz, schmatz. Dass mein Scheiß-Mikrofon da irgendeine Scheiße fabriziert hat. Meinte so, ja, ja. Passt schon. Ja, ist geil. Mach mal weiter so. Gibst du mir jetzt deinen Eichelkäse? Gib mir jetzt deinen Eichelkäse. Los. Ich stehe hinter dir. Hier. Kannst du haben. Dankeschön. Ist das göttlich? Eichelkäse. Ne, aber gehst du es. Aber eigentlich sieht das hier voll affig aus, oder nicht? Unser Haus und unser Bauernhof? Nein, nein, nein. Die Plantage, wenn die so zugebummest wird. Eigentlich schon, aber naja, es ist sinnvoll, ne? Ich meine, mit Wasser ist es tausendmal attraktiver. Aber das ist nervig. Aber wir haben auch keine Rosenblätter. Dann hätten wir die auch da draufsetzen können. Wir haben Rosen. Hätte... Wenn wir welche hätten, hätten wir die da draufsetzen können. Anstatt diese nervigen Teile. Verschieße? Verschieße ich. Hm? Wir haben Rosen. Daraus kann man nicht irgendwie Rosenblätter oder sowas. Ne? Nein, leider nicht. Schade. Schade mit E. Und Ö. Schade. 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 Vielleicht werde ich demnächst ein paar Mods hier reinhauen. So wie eine Karte und so? Ja, die musst du dann auch in deinen normalen Ordner reinpacken. Und vielleicht auch Inventory, Tweaks. Weißt du, was das macht? Nope. Wenn du jetzt meinetwegen 4 Stacks Cobblestone Inventar hast und einen verbraucht hast, füllt er den sofort von allein auf den gleichen Slot auf, wie du den verbraucht hast. Wenn wir alles ganz schnell machen, müssen wir 50 Sachen in ein paar machen, weil das ja alles von alleine geht. Ja. Passt schon. Oh, das Weizen ist reif. Oh. Dann können wir mit Mario und Hanna spielen gehen. Machen wir gleich. Juhu. Freust du dich schon drauf, ne? Na klar. Kommst du mit deinem Trecker hier an und der Ernst ist alles ab. Jajaja. Treckerfahren. Bist du schon mal Trecker gefahren? Nein. Ich auch nicht. Ich stell mir das ein bisschen monströs vor. Ich stell mir ein bisschen affig vor, so stell dir vor, du fährst so über die Landstraße mit deinem Trecker, so 25 kmh, alle Autos überholen dich. Ich hab letztens mal einen Trecker gesehen, der fuhr schon so 70. Ach du Scheiße. Der war nicht schlecht, du. Das dürfen die gar nicht. Ich weiß, der hat ja irgendwas am Motor gemacht. Ja genau, wie Mofas, kennst du so. Mofas, die so 120 kmh fahren können. Ja, ja, einfach diesen Ding ist da. Drossung rausgenommen. Ja, genau. Schon krass. Aber wenn dich dann einmal die Polizei erwischt. Da gibt's Klatscheier. Meine Fresse. Mach die Atombombe aus. Hätte die ganze Zeit auch mit ein paar Nachrichten und so. Atombombe aus. Auf. Auf. Gut, ich mach's. Auf. Aus. 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 Das ist so ein High-End-Smartphone. Für 20 Euro. Ja, am Ende. Mit Tastentönen. Ist das ein LG? Das ist dieses ganz alte Samsung.